Woran man merkt, dass wir Geschwister sind. Julia! Julia, warte! Wir sind im Zoo! Welches Geräusch macht eine Giraffe? Verpiss dich! Julia, wie macht eigentlich Bambi? Bambi ist tot. Oh. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr erkennt. Nach was riecht es hier? Nach Opfer. Julia, wie macht ein TikToker? Guck in meiner Story! Wenn ich in die Hälfte schaue kann. Julia, wie macht ein Nashorn? Julia, ich glaube, der Zorn ist mit Absicht da. Ey! Wir sehen! Ja, okay, komm. Hier. Hi, ich bin Chili. Julia? Ah! Zoo ist vorbei! Bye-bye!